Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 9 News Update. Der Battle Pass Trailer ist draußen. Wir können, und dann habe ich noch zwei weitere Sachen, wir können auf der Playstation, bei mir geht es leider noch nicht, warum auch immer, auf Twitter wurde es gezeigt vor einiger Zeit, wir können auf der Playstation den Preload für Season 9 schon runterladen. 30 GB, ich habe auch schon Informationen auf Instagram bekommen, dass es der ein oder andere schon machen kann. Auch Bilder von der PS5, wie gesagt, bei mir geht es noch nicht. Schreibt mal in die Kommentare, wie sieht es aus, geht es bei euch schon? Ja, nein, vielleicht, ach so, und ja, falls ihr es gesehen habt, 30 GB ist klar. Und alle anderen Plattformen dann morgen zum 4. Mai. Ihr seid dann dran, warum bei mir es jetzt zum Beispiel noch nicht funktioniert. Vielleicht wird das regionstechnisch etwas zeitverschoben, ausgerollt, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall auf euer Feedback gespannt, das dazu. Wichtige Informationen auf jeden Fall und auf jeden Fall eine Besserung oder eine richtig geile Neuerung, dass zu einem Start von einer neuen Season der Preload einfach schon mal da ist. Meistens ist es so, Start 19 Uhr und dann brauchst du locker noch eine Stunde, wenn du eine gute Leitung hast, bis der Download überhaupt auf der Playstation teilweise da ist. Da vergeht manchmal noch 20, 30 Minuten. Von daher, Daumen dafür schon mal hoch an Respawn. Richtig geil. Jetzt habe ich noch zwei Sachen, die ich in eigener Sache loswerden will. Einfach mal einen Respekt an die Prise Salz, Old MacMorris und seine Crew. Die haben einen richtig geilen Ranked Grind hingelegt. Sehr, sehr unterhaltsam, sehr amüsant, sehr geile Leute. Die meisten von euch kennen die bestimmt. Und das wollte ich einfach mal in diesem Video loswerden. Und bevor wir morgen in Season 9 starten, ich bin ja jetzt nur neun Seasons für euch schon am Start. Über zwei Jahre bringe ich für euch den geilsten, heißesten Apex Legends Scheiß. Und ich dachte mir, zu Season 9 gehst du mal ein bisschen ehrenwert in die neue Season und schaffst dir mal ein bisschen Arbeitskleidung an. Und deswegen habe ich hier mal was vorbereitet. Ein fettes, schönes Paket an Arbeitskleidung, wie ich es eben so schön sage. Das wird aber erst morgen als Unboxing rauskommen. Ich werde das Video morgen vorbereiten. Ich werde das morgen früh rausknallen, noch bevor Season 9 losgeht. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Zeug sagt, was ich mir da so schönes besorgt habe. Es ist nicht gesponsert, das möchte ich dazu sagen. Habe ich mir selber zugelegt. Das jetzt dazu, ich zeige euch jetzt den Battle Pass Trailer. Der geht ungefähr anderthalb Minuten. Danach machen wir eine klitzekleine Analyse und gucken uns den einen oder anderen Skin, Jump Emote oder Dive Emote und so weiter an. Und dann war es das schon wieder. Und dann freue ich mich jetzt schon mal auf Season 9. Bis zum nächsten Mal. Sie können den Boden haben. Ich bin der Sky. Lass ein Läggigeses mit dem neuen Battle Pass. Es gibt keinen Ort in den Arenas, also du willst, wenn du dein best bist. Bring the party! Show den Outlands, du bist nicht gefährdet, mit einem neigen neuen Stylisch-Kosmetik. Prepared and ready. Ready for this dance? Outfox your opponents as Crafty Kitsune Rampart, and close in for the kill with Reactive Bound in Bone Devotion. Looking for me? And terrorize your enemies as Demons Whisper Wraith before striking with the way of the Serpent Spitfire. Here I am. Define your legacy with an unforgettable set of new music packs, loading screens, banners, and gun charms. Whoa! A fresh set of holo sprays and quips lets you tastefully dance on the grave of anyone who dared oppose you. And make a lasting impression with new skydive emotes as you streak towards the creeping gloats enveloping Olympus. Be like me. A Maverick. It's time to discover whether you're predator or prey. So suit up and make a name for yourself with the legacy battle pass. Wanna fly? I make a great wingman. So wie aufgefallen ist, das ein oder andere kennen wir aus viel, viel Material, was wir in den letzten Tagen um die Ohren gehauen bekommen haben. Jetzt fangen wir mal mit der klitzekleinen Analyse an. Die drei Skins, die sollten wir schon kennen. Zumindest den von Vork, den kannten wir glaube ich so noch nicht. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Jedenfalls den Wraith und den Rampart Skin, die wurden ja bestätigt. Level 25 und Level 50 Skin. Hier übrigens ein Finisher von Vork, das sollte auch klar sein. Dann haben wir hier, ne den Skin, den kennen wir schon von Krypto. Das verwirrt mich manchmal. Das verwechsel ich gerne auch mal in irgendwelchen Trailern, dass der ein oder andere Skin mir nicht ganz bekannt ist. Und das sage ich aber immer wieder bewusst. Ich habe noch nie sämtliche Legenden Skins mir komplett reingezogen, weil ich mich in jedem Pack Opening überraschen lassen will, was da so drin ist. Und dann verwundert es den ein oder anderen Mensch. Die Skins kennen wir schon vor drei Seasons. Warum hast du das nicht gewusst? Das ist auf jeden Fall entweder Level 50 oder 25 Skin für Rampart. Ob der... Ich gehe davon aus, dass der Prowler Skin ebenfalls passend dazu mit in den Battle Pass ist. Ihr könnt gerne mich wieder berichtigen, wenn ich falsch liege. Und diesen Wraith Skin, den kennen wir auch schon ausgiebig. Passend dazu gibt es natürlich auch den Spitfire Skin. Den haben wir in einem der letzten Videos auch gesehen. Hier haben wir den Devotion Skin Level 100 oder 110. Nagelt mich nicht fest. Hier sieht man leider nicht die andere Stufe. Was ich ein bisschen schade finde. Auf jeden Fall finde ich diesen Skin ultra ultra sexy. Sagt mir mal bitte, was ihr von dem Wraith Skin haltet. Klar, der Spitfire Skin passt da optisch sehr gut dazu. Aber ich bin jetzt mal so ganz persönlich, flasht mich das ja mal so null. Also mir gefällt das ehrlich gesagt so gar nicht. Ja, das sind auf jeden Fall die drei Hauptskins vom Battle Pass. Das ist soweit klar. Dann gibt es Music Packs, Loading Screens. Die sehen wieder sehr, sehr geil aus. Dann haben wir neue Banner. Das ist auch nichts Neues. Gun Charms sind natürlich auch wieder dabei. Jede Menge von diesen Holo Sprays. Ground Emotes sind natürlich nicht dabei. Es gibt Blau, also Stufe Blau, Stufe Lila und Stufe Gold Ground Emotes. Das ist wie die Finisher. Die ziehst du halt nur aus einem Pack. Außer das Standard Blau, das hast du für jede Legende schon frei. Das möchte ich mal der Vollständigkeit halber noch dazu erwähnen. Dann haben wir für Octane. Moment, da muss ich nochmal zurück machen. Das ging mir jetzt selber zu schnell. Für Octane diesen Jump Emote. Core Stick sieht natürlich richtig edel aus, wie er hier auf seiner Gasfälle rumheizt. Walk oder Valkyrie. Und so ein bisschen Gameplay halt, um das Ganze schön zu gestalten. Ansonsten wäre der Battle Pass Trailer wahrscheinlich verdammt kurz. Ein weiterer Finisher von Valkyrie. Und damit sind wir schon am Ende des Videos. Viel mehr kann man zu so einem Battle Pass Trailer gar nicht sagen. Stopp, ich muss kurz hier einen richtig bescheidenen Cut dazwischen machen. Ich war eigentlich schon fertig mit dem Aufnehmen. Mir ist noch eingefallen. Dieser Octane Skin. Keine Sau weiß, wo der herkommt, wie wir den bekommen. Man ging ursprünglich seit dem Trailer davon aus, dass das eigentlich ein Battle Pass Trailer sein soll. Wir wissen aktuell nicht, wie wir ihn bekommen. Ich gehe von dem Event aus. Ist jemand von euch da draußen, der es vielleicht besser weiß? Definitiv nicht im Battle Pass. Da müssen wir uns tatsächlich mal überraschen lassen, weil ich die Frage das ein oder andere Mal tatsächlich gestellt bekommen habe. Das soll es schon wieder gewesen sein. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Morgen geht es in die neue Season. Ich werde live rein. Ich denke zwischen 16 und 17 Uhr möchte ich morgen spätestens auf Twitch online sein. Wer da noch nicht vorbeigeschaut hat, würde ich mich sehr darüber freuen. Da werden wir so ein bisschen die Arena suchen. Ich denke, das wird bei mir morgen im Fokus stehen. Und dann gucken wir uns natürlich auch die Map Änderungen auf Olympus an. Ich freue mich auf jeden Fall auf morgen einen schönen Start in die neue Season. Haut rein, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.